Willkommen. Wieder beim Minecraft. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt noch die Scherze. Ich muss mal gucken, ob ich hier eine Truhe drin habe. Aber ich habe nicht hier eine Truhe. So. Das ist immer ein kleines Stadion. Ist hier eine Truhe? Ne. So. Wenn nicht, muss ich hier mal eine heruntersetzen. Okay. Das kann jetzt mal alles da rein. Weil ich brauche jetzt viel Platz für Rohstoffe. Zum Beispiel. Das ist Lazuli. Dann. Was haben wir denn noch hier? Wir wollen nicht. Das ist ja kein wertvoller Rohstoff. Beim Wärmen da. Ja. Aber kein wertvoller. Diamanten. Oxidian. Ähm. Hier fehlt was. Ja. Smaragd. Silber fehlt. Oder Eisen. Genau. Gut. Dann haben wir es schon mal. Ich fange mal von oben da unten an. Ich mache mal so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Gut. Dann ist das hier zum Beispiel so eine Art. Eisen. Eisen. Hier kommt Smaragd hin. Hier habe ich den Abstand bleiben. Einmal hier, dann einmal da. Genau. Okay. Und dann einmal hier. Das ist so diese kleine Bank. sag ich jetzt mal. Die dafür sorgt, dass ich immer genug Kohle habe. Ja. Hier das gleiche Spiel. Aber hier beginne ich. Da beginne ich hier. Okay. Und da beginne ich dann schon da. Und dann geht es nämlich mit den nächsten weiter. Da bin ich ja zufrieden. Oxidian auf jeden Fall. Okay. Macht ja doch schon etwas. Man kommt immer auf die Menge drauf an, die man macht. Und ich bin immer gerne einer, der übertreibt. So. Dann habe ich aber hier noch. Ich weiß gar nicht, was ich oben gemacht habe. Gut. So. Mein Kater nimmt mal wieder irgendwas auseinander. Amy. Die Katze. Sonst ist er es. Die hat mal wieder eine Taube gesehen. Ich habe dies, das, jenes. Hier habe ich Silber, Silber und Smaragd. Dann habe ich Obsidian und Diamant. Dann fehlt noch Gold. Gold. Gold fehlt noch. Altbank. Gold. Und. Was kommt hier hin? Gold. 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 Und dann habe ich noch hier. Dann kann ich ja quasi direkt zu einer Art Und machen. Und hier noch einmal. Okay, dann ist auf jeden Fall das Nahtslied da. Das ist schon mal ganz gut. Vier. Vier. Ja, der kam weg. Weil es hat ja dann auch vier in die gleichen Abstände. Okay. Dann. Ja, bin ich ja zufrieden. Dann schmeiß ich euch mal hier raus. Und euch. Schmeiß ich wieder rein. Ach ja. Mann, diese Frühjahrsmüdigkeit. Gut. Und ich wollte noch die Leiter von den Häusern machen. Und hoch hier. Und hoch hier. Dann hier rein. Und schick. Das passt. Und hier das gleiche Spiel. Dann bin ich aber mit dem ersten System soweit fertig. Dann ist das erst mal auch das erste abgeschlossen. Die Verfeinerung. Die Übergänge zum Beispiel kommen noch. Und Da kann man mal schauen, ob man vielleicht von außen hier ein Treppenhaus heranbaut. Dass die dann auch von außen, dass wenn ich hier Dorfbewohner reinsetze, auch von außen hier quasi hoch und runter laufen können. So eine Art Außentreppe aus dem Hochhaus. Ähm Es ist Ja Ist nicht gerade angenehm. Aber Was sollen sie machen? Ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt rauskommt. So jetzt bin ich hier bei meinem ägyptischen Bart. Aber hier ist auch ganz schön schlecht ausgeleuchtet. Muss ich sagen. Hier auch noch mal ne Fackel. Hier auch noch mal ne Fackel. Da. Ich mach mal lieber ein bisschen mehr hier. So. Ja Da freuen sie sich schon, ne? Wie die kleinen Kinder. Gut Ja Die heimliche Kamera von oben Und Auf meinen schönen Geländer Die ersten stehen schon da draußen Machen erstmal Quackeln erstmal schön Dass der hier drinnen Dahinter es zu suchen hat Kommt denn der dahinter? Ah ok Ich frag nicht Ähm Ja Ich weiß nicht was ich da angestellt habe Aber ich glaub das ist das Hochhaus Ja ok Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis bald noch viel Spaß und Tschüss Das ist das Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge